Achso, dem Bubba steht das Damen-Outfit, deswegen habe ich mit ihm getauscht und ich habe jetzt das Holzfällerhemd. Wolltest du hierher? Ja, ich liebe Springwood und ich sage dir eins, wenn jetzt noch Max Creamy kommt. Boah, ja, Alter, dann gib mir doch aber nicht einen Ruggler mit einem Quicktime-Event. Alter, das ist aber auch, also, dann braucht man kein Quicktime-Event machen, wenn man da einen Ruggler macht. Ich weiß. Das ist richtig scheiße. Wo ist denn diese verdammte Gem hier unten? Ich haue jetzt meine Kischt mal. Okay, ich bin schon am, ja, es ist, ja, es ist hier der Samurai-Typ. Ich muss aber auch sagen, ey, ganz ehrlich, wenn am Anfang ein Ruggler kommt, beim Quicktime-Event bist du halt einfach am Arsch. Puh, aber nicht in den Keller, mein lieber Mann, du. Ich bin hier fast fertig mit meinem Gen. Boah, Legosteine sind aber auch schön, oder? Cool-Down-Zeit von Null. Super ausgewichen. Ah, ich kippe die auch noch nicht. Ja, natürlich, siehst du doch. Nein, ich bin ja direkt unter dir. Ach so, und die sind direkt neben mir und machen den Gen zu zweit. Ich habe halt auch daneben gedrückt. Es hätte sein können, dass er jetzt... Nee, er geht auf die anderen Johnnies. Der hat sie gesehen. Nee, jetzt geht er doch rein. Der geht rein in die Schule. Versteck dich. Scheiße, der hat Ruinen. So, jetzt müsst ihr mich retten. Aber Achtung, es könnte ruckeln. Fuck. Jetzt rettet mich doch. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich an der Playstation liegt oder ob es der Net-Code ist. Angeblich soll es an der Playstation liegen. Tschüss. Alter, wieder ein Ruckler. Es ruckelt bei mir auch. Sagt ihr es. Richtig reudig. Nein, ist er. Alter, Leute, was ist los mit euch? Fuck. Oh mein Gott, hier ist ein Dead End. Hier ist ein Ding. Scheiße, er hat mich. Totem. Hier unten, wo ich liege, ist ein Totem. Noch ein Totem, ein leuchtendes. Ja, kann ja, höchstwahrscheinlich ist es das, oder? Ruin ist es dann wahrscheinlich, weil das ist noch aktiv. Das muss weg. Geht er vorne oder hinten raus? Er geht hinten raus. Äh, hinten. Er ist da natürlich sauer. Er rennt hinter mich weg. Sag, wenn ich dich retten kann. Ich bin neben dir. Ja, kannst du. Kannst du. Wollen wir da gleich runtergehen und das Totem machen? Nee. Erstmal kurz heilen, oder? Jetzt hab ich mehr... Hallo, heilen? Ja, lass den unten machen. Der ist hier oben. Nicht, dass er uns wegwitscht. Wo ist denn das fucking Totem? Ich glaube, ja, du bist richtig. Nee, ist keins. Warte. Irgendwo war hier ein Dead End. Hier drin. Geh mal rein. Nee. Er kommt hier runter. In dem Schrank? Er ist über uns, er ist über uns. Nein, er ist nicht über uns. Er ist hier unten. Irgendwas machen wir? Er ist hinter mir her. Ja, er kommt hoch. Alter, ich lass so viele Blutstropfen. Ja. Du kannst das Totem machen. Er ist hinter mir her. Wo ist das Totem? Es ist hier nicht. Doch, es ist in einem Dead End. Heil mich. Oh, dann heil mich ja nicht. Jetzt kommt der Fettsack wieder. Ich bin jetzt eine Runde gerannt. Hier ist es nicht. Es ist in einem Dead End. Es ist da unten. Du musst einfach die Augen aufmachen. Da ist sonst nichts. Sorry. Ah, hier. Ich hab es. Ich meine, wir haben ja schon mal wenigstens eine... Er kommt auf mich zu. Er wird mich dadurch erwischen. Hallo. Ruinen weg. Heil mich jetzt. Alter. Wenn Ruinen weg ist, ist das schon mal eine gute Nummer. Aber er kann dann wieder dagegen treten, oder? Ja. Das ist frech. Das müsste ihm eigentlich genommen werden. Nasen-Espresso heilt mich. Das heißt... Nasen-Espresso. Nasen-Espresso. Oder so. Mach dir jetzt mal Gents. Entschuldigung, dass ich gleich beim nächsten Haken tot bin, wenn sie mich erst mal geheilt hat. Ich rede über dich mit anderen. Ich brauche dann auch mal eine dicke Heilung. Ich bin auch gleich tot. Ich bin durch. Ach. Das war dumm. Das ist zu. Das ist zu. Scheiße. Rage-Modus. Er ist in der Schule drin. Er fällt runter. Kann er gerne machen. Wir sind gleich durch. Dann wird er wahrscheinlich hierher kommen. Ja, ich rette den anderen mal. Ich rette den aber nicht mehr. Warum? Weil er dann doch nicht mehr. Weil er dort ist. Oh, retten ist scheiße. Ich hasse retten. Gehört zum Spiel, ne? Ich dachte, er ist hinter der Schule. Er war eben drin. Jetzt habe ich ihn gerettet, deswegen ich. Ist schlechter. Warum geht das hier, Wams? Wenn er Jenny und es blockiert. Ja, wenn er den aufhängt, dann ist es blockiert. Kann man dich retten? Er ist in der Schule. Ja, ich denke schon. Aber ist jemand bei dir in der Nähe? Ja, du wirst ja schon gerettet. Gut, weil ich bin ja sehr weit weg. So, wir müssen Jens mal weg machen von der großen Schule. Ja, ja, ich bin dann in einem, ich bin dann in einem Jen dran. Unten in einem Keller mal wieder. Du hast es ja vielleicht gesehen. Hast du links. Aber in dem Keller war doch keiner mehr. Ne, ist auch ein anderer Keller. Ich bin jetzt auch im Jen. Oh, das ist sehr weit weg. Wie weit bist denn du? Halb. Nee, nicht ganz halb, aber... Oh, er hat schon wieder seine Macht parat, gell? Hm, ja. Die andere heilt sich selber. Oder der. Fuck, er ist direkt neben mir. Er kommt wieder zu euch. Ich rette. Scheiße, er ist bei mir. So, ich mach trotzdem mit Jen weiter. Auch wenn die da jetzt irgendwo Botanik kriecht. Nee, er kommt doch nicht zu mir. Nee, er kommt wieder her. Das war dumm von ihm. Oh, oh, oh. Es könnte mein Ende sein. Vielleicht lenkt ihn das ab. Ja. Er kommt wieder rüber zu euch. Er rennt zu euch rüber. Ich bin wieder an meinem Jen dran. Oh Gott, wenn er mich jetzt hätte, bin ich tot. So, Hälfte habe ich. Ich glaube, er verfolgt einen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Bin mir auch nicht. Er ist wieder bei mir. Oder? Okay, es geht ja. Folgt ihm, Steinchen. Boah, schon ist hingeworfen ins Steinchen? In Richtung Schule. Aber ich kriege... Einfach folgt jemanden. Ja, aber ich kriege hier halt den Stein. Das heißt, der ist hier irgendwo. Jetzt nicht mehr. Kannst eigentlich... Ich sag mal, groß konnte sich den Ausgang suchen. Ja. Willst du mich vorher noch heilen? Ja. Lass mal noch ein bisschen durchpowern. Zieh durch, zieh durch. Einfach durchziehen jetzt. Nee, oder? Doch, mach fertig, mach fertig, mach fertig, mach fertig. Halt, warte, ich heile. Ich nehm den Heilkasten. Ja, ich nehm den Ausgang, wo du gerade drauf zuguckst. Scheiße. Genau, dann hör doch auf. Ist doch sinnlos. Okay. Ich bin Richtung Ausgang unterwegs. Er hat beide. Okay, er trägt. Das ist für mich eventuell die Chance. Er kommt von hinten gleich. Wenn er aufhängt, müssen wir raus. Ja, mach auf jetzt. Los. Dreiviertel, wenn er jetzt Wutmodus hat. Dreiviertel? Er kommt auf uns, er kommt auf uns. Er kommt auf uns zu, Grant. Nee. Doch, kommt er. Weg. Warte. Wollen wir noch? Hält ich noch. Hau ab, hau ab. Und tschüss. Ja, gegen Nölt haben wir einfach keine Chance. Nee, nee, nee. Da hätten wir das Totium suchen müssen. Da hätten wir echt keine Chance gehabt. Alter Latz. Warte mal, das war mal eine spannende Runde. Allerdings. Ja, schon ein bisschen der Kackstift. Ach, Schatz. Ja, schön, aber spannende Runde. Schon wieder. Ja, schön. Ja, schön. Ja, schön. Ja, schön. Vielen Dank.